Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von finanzielle Freiheit an Kryptowährungen mit eurem Alex. Und ja liebe Freunde, was soll ich sagen, vor nicht einmal zwei Wochen haben wir eine kleine Jubiläumsausgabe gemacht zum Thema 500 Abonnenten und jetzt sind wir schon bereits bei über 1000 Abonnenten in so kurzer Zeit. Vielen, vielen Dank für euren Support, vielen, vielen Dank für eure ganze Unterstützung, eure zahlreichen Fragen, eure Ideen für Videothemen und ja, also ich bin sprachlos. Vielen, vielen Dank. Hier nochmal kurz ein paar Screenshots, die ich mir gemacht habe. Ich bin richtig, richtig stolz auf das Ganze. Ich danke euch so sehr dafür, dass ihr mich so unterstützt. Und ich hatte mir überlegt, okay, ich bin ja so ein Typ, der ganz gerne auch ein bisschen teilt, das heißt nicht nur mein Wissen, ja und auch so ein bisschen, ja den Erfolg möchte ich mit euch teilen. Und ich habe mir überlegt, als kleines Dankeschön für euch so eine kleine spielerische Aufgabe. Ich möchte mit euch mal ganz gerne ein Mini-Quiz probieren und zwar geht es bei diesem Quiz um eine Kursprognose. Und diese Kursprognose, die ist natürlich, wer mich kennt, weiß, ich bin ja so ein kleiner Ripple-Fan, die ist natürlich für Ripple und ich möchte von euch Folgendes wissen, bei welchem Kurs steht der Ripple XRP am nächsten Sonntag, den 27. August um 12 Uhr mittags unserer Zeit. Ja, ist eine ziemlich schwierige Frage. Wir wissen ja, dass der Ripple sich irgendwie nicht so entscheiden will, in welche Richtung. Deshalb finde ich das ziemlich spannend und ja, ich denke mal, der Gewinn ist auch nicht ganz uninteressant. Es geht natürlich hier nur um die Symbolik dahinter, aber ich möchte ganz gerne denjenigen dreien, die am dichtesten, am echten Kurs dran sind, die erhalten von mir 1000 SIA-Coins als kleines Dankeschön. Wer weiß, wohin die Reise des SIA-Coins noch geht in der Zukunft und wer weiß, was 1000 SIA-Coins in einigen Monaten und Jahren wert sein können. Von daher denke ich, ist es für alle ein kleiner Anreiz und passend für 1000 Abonnenten, 1000 SIA-Coins. Okay, damit ihr mitmachen könnt, gibt es ein paar Teilnahmebedingungen. Ich würde es nicht zu kompliziert machen, aber so ein bisschen muss ich das Ganze natürlich eingrenzen, damit es fair ist. Erstens sehen nur die Kommentare und Prognosen, die unter diesem Video hier, also unter diesem Wochenreport vom 20. August eben angegeben werden. Nur Abonnenten können gewinnen, das heißt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, klickt einfach auf Abonnieren und seid dabei. Und wichtig ist auch, nur eure erste abgegebene Prognose ist die gültige. Ihr müsst sie nicht jetzt sofort angeben, ihr könnt auch noch ein paar Tage warten, denn bis spätestens Freitag, den 25. August, da ist so die Deadline um 12 Uhr, weil ansonsten wäre es zu einfach, wenn wir von Samstag auf Sonntag nur ein paar Minütchen hätten bis zum Ergebnis. Von daher denke ich, ist es fair für alle. Auch die, die es heute nicht geschafft haben, den Wochenreport gleich am Sonntag zu sehen, können auch im Laufe der Woche ganz normal mitmachen. Denkt gut nach, überlegt ein bisschen, schaut euch auch gerne mal am Anfang der Woche mal an, wie der ganze Kurs sich verhält. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und drücke euch allen die Daumen. Mal sehen, wie das Ganze wird. Die Gewinner werde ich dann in der nächsten Woche im Wochenreport präsentieren. Und ja, da werde ich ein Screenshot von eurem Namen machen, werde ein bisschen was dazu erzählen, wer alles mitgemacht hat und wie eure Ergebnisse waren. Und ich denke mal, ich bin mal ziemlich gespannt, wie gut ihr schätzen könnt und wohin eure Prognosen gehen. Alles klar, das war es bis hierhin. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt geht es erst einmal um den Wochenreport. Und in dieser Woche war es eigentlich so, dass wir keine besonderen Neuheiten an News hatten, aber wir hatten vor allem eine extreme Entwicklung der einzelnen Kurse. Und darauf gehen wir heute mal ein. Wir schauen uns mal unsere Lieblingscoins an in einem kurzen Rückblick. Und danach gucken wir uns einmal die Top-Performer an. Also diese Woche hat Bitcoin wieder einmal bewiesen, warum er die Kryptowährung aller Kryptowährungen ist, die 4.000-Dollar-Marke durchbrochen und gehalten. Ja, das war ja in der Vergangenheit nicht ganz so selbstverständlich. Darüber hinaus hat Dash sein neues All-Time-High erreicht. Und Bitcoin Cash hat extrem abgeräumt in den letzten Tagen. Auch heute noch bei einem sehr hohen Wert. Und da gucken wir uns das Ganze heute mal an. Heute geht es nicht so sehr um News. Heute geht es ein bisschen mehr um das Thema Charts anschauen. Ein bisschen mehr darum, wie haben sich die Kurse entwickelt. Und das Video hier ist heute ein wenig technischer als sonst. Aber ich denke mal, so ist denn für jeden mal was dabei. Zu guter Letzt werde ich aber doch nochmal auf das Thema Ripple eingehen und auf News aus China. Denn Ripple hat Expansionspläne nach China. Und wie die genau ausschauen, das gucken wir uns am Schluss nochmal an. Okay, lasst uns starten. Wir gehen mal als allererstes auf coinmarketcap.com. Ich werde wie immer den Link von CoinMarketCap in die Beschreibung tun und aktualisiere das Ganze nochmal. So schaut es aktuell aus. Das heißt, wir haben momentan 57 Milliarden Marktkapitalisierung beim Bitcoin. Und wir sehen, in den letzten Tagen war es so ein Auf und Ab. Aber im Prinzip haben wir uns immer stabil gehalten, um die 4000 Dollar Marke herum. Ethereum, genau die gleiche Geschichte. Eigentlich auch da wieder fast ein identischer Chart. Wir sehen also ein Auf, ein Ab und ein ziemliches Dümpeln. Im Prinzip ist das hier so eine richtige Seitwärtsbewegung, die wir bei Ethereum sehen. Und von daher ist hier auch nichts Nennenswertes zu berichten. Was aber Nennenswert ist, ist der Bitcoin Cash. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, zunächst muss man natürlich sagen, der Fork vom Bitcoin, also diese Trennung, dass es jetzt zwei verschiedene Bitcoins gibt, ist natürlich eine Geschichte, die hatte keinerlei Präferenzen. Ja, ja, Präferenzen im Vorfeld. Wir konnten also irgendwie nicht sagen, das gab es schon mal. Es gab so etwas Ähnliches bei Ethereum mit Ethereum Classic. War aber prinzipiell was ganz anderes und einer ganz anderen Größenordnung. Und von daher ist es natürlich so, dass wir alle hier so ein bisschen abwarten müssen, was die Zeit bringt und eben die ersten Kurse mal anschauen können oder die ersten Chart-Ergebnisse anschauen können, um ein wenig Prognosen für die Zukunft treffen zu können. Wir sehen aber generell hat sich der Bitcoin Cash immer so um die 300 Dollar Marke bewegt. Das heißt, wir sehen hier in etwa immer so 300, mal ein bisschen mehr, mal knapp ein bisschen weniger, aber im Prinzip immer so eine 300er Marke. Und da sehen wir, da ist also der Support. Die Unterstützung ist bei 300 Dollar. Ich gehe also stark davon aus, dass wir uns langfristig immer auf einer Ebene von um die 300 Dollar unterhalten werden. Aber eben auch wie jetzt zu sehen, schnell mal ein Ausreißer dabei. Wir sehen das ja sogar schon am Samstag. Ich gucke mal ein bisschen, jawohl, bei 972 Dollar stand kurzfristig. Ja, also das heißt, wir haben ein neues All-Time-High erreicht. Wir waren damals, nachdem der Bitcoin Cash auf den Markt kam, auch einmal ganz kurz in so einem Bereich. Aber das ist natürlich das neue All-Time-High. Und das zeigt einfach, wie viel Geld in diesen Bitcoin Cash fließt. Ob das nun alles Banker sind, Investoren oder eben auch Menschen, die einfach nur kurzfristig Geld verdienen wollen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass das ziemlich heftig ist, was da passiert. Und auch heute sind wir immer noch bei einem Wert von, ich glaube, über 580 Euro. Wir gucken mal genau, 653 Euro sogar. Also wir sehen, der Bitcoin Cash hat sich einfach mal quasi verdoppelt innerhalb von sieben Tagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Theorie ist, warum Bitcoin Cash die ganze Zeit im Schatten bleibt und dann plötzlich aus dem Nichts eigentlich ohne spektakuläre News oder ohne irgendwelche Skandale so extrem auftritt. Was meint ihr dazu? Das würde mich mal interessieren. Ja, Ripple, genauso wie Ethereum und Bitcoin, eher eine Seitwärtsbewegung in der letzten Woche. Gerade der Ripple, ich hatte ihn ja noch hochgepriesen zum Beginn des Monats. Ich muss aber ganz klar sagen, die Prognose, die ich mir vorgestellt habe, scheint schwierig zu erreichen, denn Ripple legt irgendwie keinen Gang mehr ein. Deshalb finde ich es umso spannender zu sehen, wie ihr die Prognose seht von Ripple in einer Woche. Werden wir da weiter bei 13,38 Cent liegen oder werden wir uns vielleicht nochmal auf 15, 16, meinetwegen auch 17 oder 18 Cent hochbewegen? Was glaubt ihr? Ich bin gespannt. Ja, der größte Gewinner neben Bitcoin Cash war eigentlich wieder einmal IOTA. IOTA, in meinem letzten Video habe ich euch kurz erklärt, warum ich IOTA zu meinen Top 5 Altcoins zähle. IOTA ist prinzipiell eine Währung, die als Kryptowährung der Maschinen gilt. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass IOTA einfach Maschine zu Maschine unabhängig von Menschen Transaktionen durchführen lassen können und eben Maschinen sich gegenseitig bezahlen können für ihre Dienste. Das bringt extreme Geschwindigkeit, ermöglicht kostenlosere oder kostengünstigere Beschäftigungen einfach, weil man eben nicht mehr so viele Leute braucht, um jeden einzelnen Arbeitsschritt zu prüfen. Und Maschinen sind in der Regel natürlich schneller in allen möglichen Belangen einzusetzen. Von daher glaube ich schon, dass sich das durchsetzen wird. Und das sieht scheinbar auch der Markt so. Wenn wir mal bei IOTA reinschauen, sehen wir hier das eigentlich, wenn wir mal den 3-Monats-Charts angucken. Ja, das müsste er sein. Okay, gucken wir noch, von Juni bis August, das passt. Da sehen wir also generell, wenn wir hier mal beim Juni starten, hatten wir da schon einmal ein ziemlich großes Hoch. Das war diese Zeit, wo im Juni so extrem der Kryptomarkt gehypt wurde und extrem viel Geld in den Kryptomarkt kam. Da sind ja so ziemlich alle Coins durchgedreht. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen normalisiert. Das heißt, IOTA hat auch ein paar Krisen miterlebt, die wir alle miterleben konnten beim Bitcoin, bei Ether und so weiter. Und sehen also, dass jetzt aber so langsam, eigentlich parallel zum Bitcoin, auch der IOTA-Kurs extrem steigt. Ob da Gemeinsamkeiten sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass immer, wenn der Bitcoin besonders gut ausschaut, zieht auch IOTA stark mit. Und hier sehen wir, der höchste Punkt war schon bei über einem Dollar. Und diese eine Dollar-Schwelle ist etwas Besonderes, denn bei den Anlegern ist es häufig so, dass man bei einem Dollar eigentlich so die Entscheidung setzt, wird das Ganze jetzt extrem durchbrochen, oder war ein Dollar die marginale Grenze, wo alle sagen, okay, hier ist erstmal Stopp, ich möchte jetzt meine Gewinne haben und sprich, ich verkaufe jetzt. Viele haben auch bei ihren einzelnen Börsen so Verkaufs, ja, Allets, also so Alarme, die eben genau dann ausschlagen, wenn eben eine gewisse Grenze erreicht wird, aktiviert. Und viele verkaufen, sobald es bei einem Dollar ist, ihre Anteile an IOTA, um Gewinne einzufahren. Deshalb sieht man auch, dass da ziemlich schnell, nachdem der Dollar durchbrochen wurde, der Dollar wieder unterschritten wurde. Und wir uns jetzt weiterhin so knapp unter der Ein-Dollar-Marke bewegen, hier zum Beispiel bei 99 Cent. Also man sieht, das ist wirklich so eine marginale Grenze. Und ich glaube, wenn wir bei IOTA diese Grenze durchbrechen werden, dann werden wir langfristig noch extreme Wertsteigerungen sehen können. Das wird aber die Zukunft bringen. So, ja, das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ist eigentlich ein Coin, der für viele vielleicht gar nicht so spektakulär ist. Aber ich finde, Dash is Cash. Das ist so von einem, dem ich folge bei YouTube. Er sagt ständig immer, Dash is Cash. Und so ist es irgendwie im Kopf geblieben. Im Prinzip sehen wir, Dash hat sich seit März von 100 Dollar einfach mal jetzt auf über 200 und sogar 300 Dollar erhöht. Also wir sehen, hier ist eine extreme Entwicklung. Und im Euro-Bereich sind wir dann in etwa gewesen bei round about 270 Euro. In etwa, das war das, was ich am höchsten Kurs, den ich gesehen habe beim Dash. Und ich glaube wirklich, der Dash ist langfristig eine coole Alternative zum Bitcoin. Dash arbeitet vor allem auf Anonymität. Also die Leute, die Dash verwenden, jetzt könnt ihr euch selber überlegen, welche Gruppen so anonym bleiben wollen, sind auf jeden Fall scheinbar sehr liquide. Und man sieht, dass ständig immer mal wieder Geld einfließt in Dash und auch in großen Stilen. Wir gucken uns mal die Marktkapitalisierung an. Die liegt jetzt hier bei 2,3 Milliarden beim Höhepunkt und war vorher noch, also sprich einige Tage davor, einfach mal bei 1,8 Milliarden. Wir sehen also eine extreme Entwicklung. Und ich glaube auch, das hier war jetzt der Durchbruch für Dash. Ich bin der Meinung, Dash hat jetzt wieder einmal gezeigt, dass er eine weitere Marke durchbrochen hat. Und was bisher immer der Fall war bei Dash, sobald eine Marke durchbrochen wurde, wurde sie auch immer gehalten. Also wenn Dash sich einmal, das dauert teilweise sehr lange, aber wenn er sich einmal dazu entschließt, eine neue Hürde zu schaffen, ist das wie, wenn ihr bei Mario den Level nicht geschafft habt und plötzlich schafft ihr ihn, wenn es das nächste Mal versucht wird, umso einfacher, den Level wieder zu schaffen. Und im Prinzip ist das hier, glaube ich, so ähnlich. Wir haben also bei Dash wirklich, sobald er einen gewissen Level erreicht, hält er den auch und durchbricht eben die nächste Hürde. Ja, von daher ziemlich spannender Coin. Auch hier würde mich interessieren, was ihr zu Dash sagt. Habt ihr schon Erfahrungen mit Dash? Seid ihr schon länger drin im Dash? Haltet ihr aktuell oder habt ihr gesagt, hey, bei dem super Hype, da bin ich auf jeden Fall gleich ausgestiegen? Oder was denkt ihr aktuell über Dash? Das würde mich auch nochmal brennend interessieren, weil über Dash haben wir eigentlich noch nicht so viel berichtet. Ja, den Rest der Coins könnt ihr euch in Ruhe mal anschauen. Es gibt hier nichts Spektakuläres. Tenex und auch Coins wie Omicigo haben sich prinzipiell nicht weiter groß verändert. Also nicht besonders ins Negative, auch nicht besonders ins Positive. Im Altcoin-Markt ist aktuell so ein bisschen die Seitwärtsbewegung gekommen und wir gucken uns das Ganze einfach mal in der Zukunft an. Wir sehen jetzt seit gestern zum Beispiel wieder teilweise zweistellige Kursentwicklung nach oben hin. Also das zeigt uns auch wieder, dass der Anfang der Woche sicherlich wieder gut starten wird. Und ich bin mal gespannt, was die Woche bringt. Ja, das war es an dieser Stelle schon mal von unseren Lieblingscoins und von einer kurzen Chartbetrachtung unserer kleinen Performer. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne. Ansonsten machen wir jetzt mal weiter mit dem Gerücht beziehungsweise mit der News, die wir aus China bekommen haben. BTC Echo, eine ziemlich geile Seite, würde ich euch allen empfehlen. Ich verlinke die auch sehr gerne nochmal. Ist eine deutschsprachige Seite mit guten Autoren, spannende Berichte, nicht zu langweilig und zu trocken, kurz und knapp auf den Punkt gebracht und genau das interessiert mich sehr. Deshalb bin ich hier häufiger mal am Stöbern und wir sehen hier, Ripple bestätigt Expansionspläne nach China, nach NEO und dem ganzen Hype um NEO und die ganzen chinesischen Kryptomärkte ist natürlich auch Ripple aufmerksam geworden auf das Ganze und versucht jetzt natürlich extrem auch in den chinesischen Markt hineinzukommen. Sie wollen ganz gerne natürlich die B2B-Beziehung in China verbessern, allerdings wollen die ganz großen Player am Markt aktuell von Ripple nicht viel wissen. Es wird spekuliert und es gibt das Gerücht, dass Alibaba und die Alibaba Group bereits einig wären mit Ripple und die Alibaba Group Ripple schon direkt nutzt. Ripple selbst und auch Alibaba haben allerdings diese Geschichte komplett verneint, meinten, nein, das stimmt nicht, das sind einfach nur Gerüchte, da ist nichts dran. Ich weiß es nicht genau, ich weiß nur, dass China definitiv einer der zukunftsträchtigen Märkte ist für die Kryptowelt. Nicht umsonst ist NEO und Omisego mit Abstand eine der extremen oder sind die Währungen, die sich extrem verbessert haben in den letzten Wochen und extrem gesteigert haben. Das ist kein Zufall. Ich glaube jetzt langsam ist aus China oder bei uns angekommen, dass China einfach schon ein Schritt weiter ist als wir in vielerlei Hinsicht und ich glaube auch, dass diese Kräfteverteilung auf der Welt, aktuell ist ja Amerika sehr stark in der Wirtschaft und China eigentlich nur im Export sehr stark, ich glaube, dass generell die Kräfteverhältnisse neu gemischt werden bei der Kryptowelt und dass China von vornherein auf den Zug aufspringen will, um sich gegebenenfalls vielleicht auch so eine Art Vormachtstellung zu sichern. Das kommt uns allen aktuell zugute, denn wenn wir überlegen, wie viele Einwohner China hat, ist da ein riesengroßer Markt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich abwarten, was mit Ripple jetzt speziell passiert, denn Ripple hat zwar vor, viele, viele Dinge zu tun, aber das wollen eigentlich alle Coins und alle Kryptofirmen wollen ganz gerne viel tun. Die Frage ist, wann tun sie es und wie realistisch ist es, dass sie sich ihre Pläne auch wirklich eins zu eins so umsetzen können, wie sie sich vornehmen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich glaube nach wie vor, Ripple ist eine gute Investition auf lange Sicht. Also diese kurzfristigen Gewinne werden wir, glaube ich, leider Gottes mit Ripple nicht erzielen, aber wir sehen, dass Ripple sich eben langfristig schon mit den richtigen Themen beschäftigt und auch jetzt mit dem Thema China, glaube ich, ziemlich richtig liegt. Schreibt eure Meinung gerne dazu. Ansonsten war es das an dieser Stelle schon. Wir haben uns soweit alles angeschaut. Wenn euch noch was einfällt, schreibt mir gerne ein paar Themen, über die ich vielleicht berichten kann. Wenn nicht, dann genießt einfach ein paar andere Videos oder einfach mal den schönen Sonntag. Ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich hatte es beim Gewinnspiel vorhin schon gesagt, abonniert den Kanal, schreibt mir sehr, sehr gerne, was ihr euch wünscht und ansonsten einen richtig, richtig geilen Abend für euch und bis bald. Ciao. 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 Ciao.